Hallo Mensch, welcher da horcht. Horch, Mensch. So Mensch, welcher da horcht, fühlt, denkt, dass das, was Thilo einsendet, im Filme, im Tone, im Klange, im Worte, dass das eine Substanz ist, welche eine Wissenskraft ist. Und, jedoch, dieses Mensch denkt, dass eine Mehrarbeit, mehrere, dieses Wissen mehr potenziert, mehr interessant macht, welchen, welche geschockt sind von dieser Art, welche ich mache im Moment, nämlich, dass ich nicht schneide, sondern alles, was einmacht ist im Worte, so Filme, so ist passiert. Also, ist da ein Mensch, sind da Menschen, welche beisammen was schöpfen mögen, was Menschheit gütet, dann, ich immer da, ich, ich, ich heiß ja darin, dass so etwas passiert. Also, fühl, dass ich einladet, etwas beisammen machen. Danke Mensch, dem Interesse. Tschüss.